Hey, Babe, ich hab da eine kleine Überraschung für dich. Tada! Ja, Kleintriff ist ziemlich gut. Hey! Sorry, du hast mir einfach so eine gute Stallvorlage gegeben. Ähm, was hast du da gemacht? Gefällt es dir? Hast du dir da unten Vegetas Frisur reinrasiert? Klar, ist eben mein kleiner Super Saiyajin. Ja, aber du hättest dir die Haare nicht extra blond färben müssen. Hast du echt Gel für die Spitzen verwendet? Ich liebe eben Details. Also, ich bin jetzt jedenfalls trocken wie diese Haare. Warst das wirklich wert? Ja, ha, ha, ha!